Das hier war eine Müllhalde. Firmen haben ihre LKW von überall her geschickt, um alles zuzumüllen. Hey, gib mir noch so ein Stück Holz. Pass auf da drüben. Hunderte von Tieren starben, weil unzählige Gifte in den See gepumpt wurden und in die Erde gesickert sind. Aber dank euch und eurer harten Arbeit konnten wir diesen Ort wieder sauber machen. Ihr habt ihn wieder zu einem Park gemacht. Oh mein Gott. Hier drin wurde jemand umgebracht. Es hörte sich an wie ein Fauchen oder so. Wie bei einem Tiger? Ein Tiger? Was denkst du, wo wir sind? Du? Hallo? Was zur Hölle ist hier passiert? Ich hab gestern einen Tunnel entdeckt. Okay. Da gehst du nicht rein. Jetzt hören Sie mir mal zu. Das ist mein Park. Ich sehe nach dem Rechten und sag den anderen Bescheid. Sie rufen nicht die Sting-Polies. Hallo? Nicht den Krankenwagen oder die verdammte Tiernothilfe. Ich geh nochmal schnell duschen. Sieh mir. Nein! ARD Text im Auftrag von Funk